Welcome back to Part Nr. 26 Äh, ich hab noch ein bisschen weiter gekramm Hab dabei noch 7 Diamanten gefunden, unglaublich! Und dann sind wir plötzlich auf eine Höhle gestoßen und das wollte ich unbedingt noch aufnehmen, weil das erste was mir entgegenkam war ein Creeper Und ein Zombie, er hat durch mein High End Schwert, konnte ich den dann locker ins Jenseits befördern Ich hab halt grad nur so ein bisschen Schiss hier, dass jetzt irgendwas Fieses kommt Und, äh, ich bin mittlerweile auch wieder Level 14 Ich hab so ein bisschen viel Zeug gefunden Und jetzt nehmen wir wirklich alles mit und bauen alles ab, was wir so finden Wieso bekomme ich für Gold kein, äh, keine XP? Das ist ja sinnlos Oh, ich hab doch so ne hässliche Spinne Mach dich fort Oh oh, irgendwas kommt hier, irgendwas kommt hier Oh 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 Hä, hier ist doch irgendwas Was anders Hier hab ich Schutz Ein bisschen Na komm Oh 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 Du mieses Schwein, du mieses Viehzeug Ah, bist du verbrannt wahr? Damit hast du nicht gerechnet, du Mistschwein, du Schwein, du Schwein Oh Jetzt müssen wir ganz schnell noch ein bisschen zu machen Und dann darf ich noch in den gesamten Weg zurückrennen Und das ist richtig, richtig nervig Redstone Alder Redstone Alder Junge Hier ist jetzt immer so gefährlich, ey Hier im Dunkeln sieht man Oder könnte man ganz leicht mal so einen Diamanten übersehen Ich hoffe das passiert nicht Ich hoffe das passiert nicht Ich wollte mich eigentlich nur weiter durchgraben, ja Und so ein bisschen In Ruhe Diamanten fahren Alter, was war das? Oh nein Oh Alter hatte ich Gänsehaut Leck mich am Schlipper, Alter hatte ich Gänsehaut Leck mich am Ei, Alter Ja Oh Findest du lustig, wa? Oh, da hat der Enderperle getroppt Das ist cool Das ist cool Was bringt die nochmal? Ich weiß es nicht Ja, das klang lustig, wa? Ja Das ist nicht viel Haha Mann, ich hab die Bock auf Höhlen Ich will mich einfach nur Oh Leute, er hält mich nicht aufs Schwein, Alter Ich glaub ich in den Lava rennen Na, Junge, verpiss dich, Junge Mach er dich fort Hannes Ja, geh brenn, du Schwein Geh, geh brennen, Alter Eigentlich will ich das Redstone, die Lubeja nicht Ich will einfach nur die scheiß EXP haben Und Äh Ich will Sag mal, spinnt der? Ey Ne, das bist du da unten, ganz sicher Ey, Alter Willst du mich grad mal rollen? Nimm Getra Glek Doch Und Der Pfeil des Doom! Veressen haben wir noch genug, äh... Mann, ey, ich hab überhaupt keine Lust, absolut viel Gold! Da gehen wir mal heim! Wir gehen zum Gold! Gold, Alter! Alter Schezeri, genau! Oh! Oh, das sind alle hier! Wenn hier etwas Böses kommt, dann hab ich Angst und will das nicht! Mach es zu! Du blöde Kuh! Ach, ist das... ach, ist das spannend! Ist das spannend, ey, echt jetzt? Also ich hoffe, dass mich kein Creeper irgendwie... Oh! Oh! Wow, 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 wow! Ich hab den Dungeon gefunden! Und die Moe-Stelle nehme ich auf jeden mit! Also die nehme ich auf jeden mit! Wir müssen jetzt ganz, ganz... Also... Ich leg's mich mal an den Arsch! Ganz, ganz schnell den... Da ist ein Spanner unten! Und den Spanner müssen wir ganz schnell zerstören! Ey, Leute! Leute! Ganz schnell den Spanner zerstören! Ach, geschafft! Aus dem Spanner kommen nämlich die Spinnen raus! Und ist das hier irgendwo auch eine Kiste? Genau! Super! Mit... äh... Einen Sattel! Das... das ist cool! Das ist... Das ist geil! Da können wir nämlich, ähm... Schweine reiten! Schwarzpulver können wir auch mitnehmen! Ich weiß zwar grad nicht, für was wir das jetzt... ...bräuchten, aber... Ach... Hauptsache haben, ne? Hier, was ist denn da? Weg damit! Ja... So! Dann wollte ich mir noch die Steine mitnehmen! Die sind cool! Die Steine... Die Steine... ...auf Schimmel! Nee, das ist Moos, Junge, das sind Moossteine. Schuhe, Alter! Aber ich will eigentlich nur Diamanten, Mann. Ich will nichts anderes, ey. Der Rest ist mir so egal. Ja, was fack ich jetzt dafür weg? Was mach ich jetzt wieder? Was hau ich denn weg? Genau, Junge. Ich, ich, was, was, schmeiß ich weg. Ja, das hier. Der Hähnchen. So, passt schon. Geh mal weiter. Immer schön gucken, ob man nicht irgendwas... Ja, genau, Diamanten. Ob man nicht irgendwas übersehen, aus Versehen. Übersehen, aus Versehen, das klingt ja auch doof. Das klingt ja auch doof. Ich höre irgendwas, Junge. Aha, komm her, wenn du was willst. Willst du was? Hau ab! Nein. Schleimlöffel. Die nasche schon wieder an Stein rum, ey. Oh Mann, ey, ich hab Angst. Ich will nicht mehr. Das wird viel zu viel Hektik gewinnen. Wenn ich auch reinknalle, ist alles aus. Ach, werde ich selbst, Mann. Mach dich ab in die Lava, du Arsch. Riese. Junge. Na ja, die sind zwar geil, die Fichter, aber mit dem ich den Lava träge, ey. Ich flipp aus. Noch einer. Na klar. Ich hab noch einen gesehen. Ja, das sind voll viele, ey. Hier. Hier. Mann. So, ein noch. Ein kleiner. Noch großer. Ey. Jetzt mal ohne Flachs, ja. Ist mal gut jetzt, oder was? Ganz viel. Ja, schaff ich schon. Das sind... So. Oh Gott, ist halt doof. Wie, wie dumm sind die eigentlich? Oh. Wenn es jetzt auskommt, ey. Ich flippe so aus. Ja, wir haben es, Junge. Wir haben es. Wir haben es erfunden. Wir haben es erfunden, aber... Ja, ich muss da einen Weg zurückfinden, ne? Das ist der nächste Kacke, dann. Zwei Stück nur. Oh Mann, oh. Da! Oh! Oh, wie versteckt, Alter! Nein! Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Da läuft's zum Lava. Ja, in die Lava läuft er. Da ist der blöde. Schleimböcker, damit kann ich Pisten zerstellen, Alter. Brauche ich auch nicht, aber man hat's halt, ne? Man braucht's nicht, aber man hat's ja leider. Verdammt. Die schönen Diamanten, ey. Die schönen Diamanten. Ach ja. Ach, alter Labber, Junge. Ey, Christophauer Rinden, Junge. Oh nein, ich krieg dann Lava! Toll, ey, ich hab keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Ich bin so dämlich, ey, ohne Scheiß. Wettstum. Cool. Cool. Ach, Mann, oh, ey. So, wenn ich jetzt irgendwo reingeschmissen werde oder irgendwo reinknalle, ey, ich flipp's so aus, ohne Scheiß. Ich raste so aus. Das, das würde... ... euer Gehörgang nicht überleben. Ich warne euch schon mal vor. Da weiß jemand im Wasser. Was ist los, Junge, was ist los? Da weiß jemand im Wasser. Was ist los, Junge, was ist los? Da weiß jemand im Wasser. Ja, ich weiß doch. So, guck mal, wie wir sind. Hier, das ist mir jetzt alles. Ich war einfach nur weg jetzt hier. Was? Ja, ist das da? Nee, nee, alter. Komm ruhig, komm ruhig ran, meiner. Was? Trau dich. Na komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Nicht in Lava fallen, die fernst du Lava. Was macht denn der Creeper? Die backen rum? Ah, weißt du, was ich mache, Junge? Na ja, kommst du nicht durch, Junge. Renn ihn tot, Alter. Renn ihn, dein Tod. Was macht denn der nur? Ach komm, weißt du, was wir machen? Wir schleichen uns jetzt ran. Wisse, in der Lava fallen ist er, Junge. Und du auch! Oh, wie dumm sind die? Ich will einfach nur raus jetzt hier. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nur weg hier. Ja. Ja. Oh, guck mal hier, über uns. Ich mach dich ja vergessen. Ja. Oh Mann, ist das hier gefährlich, ey. Ohne Scheiß. So, ey. Ich werde mich dann einfach das nächste Mal einfach nur wieder zurückbegeben. Und dann einfach... Und dann einfach... Scheiße, woher lang? Und dann werde ich einfach nur... Ey, fuck. Wow! Oh! Du fieses Schwein, Alter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ey, wo bin ich? Ey, hier ist so vieles mehr. Auch wenn du alles vor der Zeug ist. Ich will einfach nur hier raus. Ey, ich hab kein Bock. Ey, wo muss ich hin? Ja, ich oben. Oh mein Gott. Bist du doof? In Lava kann man nicht baden. Es geht nicht. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ohne Scheiß. Das heißt, wir müssen es so machen. Und wir müssen dann den Weg nach Hause zu alleine finden. Verdammt. Ich hoffe, hier kommt jetzt keine Lava. Das war hart scheiße. Mach 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 an. Mach Mach an. Ey, wer hier kommt jetzt irgendwie... Ja. Bin zu am Arsch. Da muss ich mich so schnell runterbuddeln. Das war richtig dumm, ey. Okay, ich muss das jetzt so lange machen. Äh, also immer nach unten. Ihr werdet jetzt nicht sehen, wie ich nach unten gucke und sowas. Ach, ist egal. Ich muss das so machen. Oh, ist das kacke, ey. Ja, ich weiß, wie ich mich bewegen muss. Ist ja nicht so schlimm. Ich weiß, was ich machen muss. Machen muss. Was ich machen muss. Ich, ich. Ach, keine Ahnung. Ich bin müde, ey. Oh, ich hab irgendwas abgebaut. Köhler. Köhler. Ah, Erde. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich könnte Glück haben und gleich an der Oberfläche sein. Oh ja, ich hab's schon kühl. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ich hab's gleich geschafft. Ich hab's gleich geschafft. Was für ein Abenteuer, ey. Was für ein Abenteuer, sag ich euch. Jetzt müsst ihr einen Creeper kommen und mich mitreißen. So, und wo bin ich jetzt? Uah, ich saß noch, Alter. Was für ein Zufall. Oh, was für ein fieser Knall. Wo bin ich rausgekommen? Hier. So, hier bin ich rausgekommen. Okay, alles klar. So, jetzt hab ich aber keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ich will gucken, wo ich hin. Ey, wo bin ich? Neu? Scheiße auf Höhlen, ey. Ohne Mist. Also, ich... Ah, da ist es da. Da, 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 da. Hast du das Dorf gesehen, Junge? Hast du das Dorf gesehen? Da müssen wir hin. Also, ich geh immer dafür aus, dass das das Dorf ist, wo wir uns schon wütet haben. Ach, Mut, ich selbst, Junge. Hier, ich fresse ein paar Malonis. Ja, mach ich. Das mach ich. Oh. Jetzt rennen wir los. In die Freiheit. Was ist das? Wo siehst du hier ein Haus, bitteschön? Du siehst, du kannst aber auch gar nichts sehen. Da siehst du siehst einen Baum, ja, das war's. Oh, cool. Knochen noch für unterwegs. Einfach so, cool. Guck doch da, da ist doch, Mensch. Ach, nee, also müssen wir hier lang. Nach Hause. Ach, ist das schön. Ist das schön. Was für ein Abenteuer. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin, ich fasse es nicht. Wir haben so viel erlebt, dort unten, in dem Scheiß hier, Wilme. Und ich werde mich in so eine Hürde nicht mehr begeben. Ich werde einfach nur, wie ich halt die Diamanten gesammelt habe, mich einfach nur irgendwo runterbuddeln und dann Wände wegkloppen, bis ich irgendwo auf Diamant stoße. So macht das zwar Spaß, weil man immer so ein Risiko hat, man könnte sterben, muss aufpassen. Ja, das ist voll lustig, dann macht das voll Spaß, wie gesagt. Aber ist mir zu riskant, wenn du halt schon neuen Diamanten mit hast, ne? Das ist dann nicht so lustig. Das ist dann nicht so lustig. Ach ja, so, jetzt werde ich noch schnell den Kies mit den Moossteinen austauschen. Das sieht cool aus, denn alles. Obwohl, ich könnte hier alles, guck mal, ich könnte hier im Prinzip, ja, genau das machen wir, das machen wir, das soll alles so cool aussehen. Guck mal. Äh, das ganze Zeug hier, den Eingang, werde ich mit Moos auslegen. Das sieht dann so edel aus, Junge. Moossteinen, Junge, gefunden im Dungeon unten. Wir haben voller Verzweiflung. Gekämpft und mit so viel Mut und Tapferkeit. Was quatsch ich für einen Müll, Alter? Ich brauch Schlaf. Nein, du, da, nö, 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 nö. Oh. Hast du auf mich gekackt? Hä? Hä? Junge, hau ab. Scheiß dich mir auf den Weg, ja. Ich fass es ja nicht. Ich fass es nicht. Ach, Junge. Ach, Junge. Ach, war das geil, ey. So, jetzt haben wir erst mal wieder Diamanten. Äh, was ich damit mache, darf ich mir noch stark überlegen. Ich, wirklich, keine Ahnung. Und guck mal, wie wenig wir von der Haltbarkeit eingebüßt haben. Von der Spitzhacke. Fast nichts. Und wir haben so viel weggerudelt. So viel, ey. So, das sieht schon mal cool aus hier. Das sieht schon mal cool aus. Ah, ihr Kackel. So. Äh, mein Bett hab ich noch. Das kann ich wieder hinstellen. Lululul. So. Da mal das ganze Zeug ausmisten. Die haben so viel Stacks Redstone gefunden. Redstone. Äh, genau, ein Sattel. Ach, Möhrensamen gibt's ja auch noch. Genau, weil, wenn ich jetzt, äh, den, so, 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 so Schwein, den Sattel aufsetze, wird das Schwein, ich kann's euch ja mal zeigen, schnell, wird das Schwein unkontrolliert rumrennen mit mir auf dem Rücken. Und man kann dann so ne Angel mit, mit einer Karotte vorne dran bauen. Und dann kann man die halt lenken, ne? Die Viecher. So. Ähm. Ja, ich kann's euch ja mal schnell zeigen. So, ja. So. Ich kann's nicht lenken, das hat alles alleine. Hätte ich jetzt, ähm, ein, ne Angel mit einer Karotte dran, könnte ich die lenken und rumlaufen mit denen. Aber geht nicht. Na, ist auch egal. So, du, ganz mal den Sattel behalten, Junge. Brauch ich nicht mehr. So, und dann werde ich, äh, äh, leveln bis Level 30 offscreen und dann werde ich was verzaubern und dann werde ich euch beim nächsten Mal zeigen, ähm, wie so eine Level 30 verzauberung aussieht. Ja, Junge, aber ab. Ja, so. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, war's. Tschüss. Äh, heiß. Äh, heiß. Vielen Dank.